Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Bindung von Anfang an. Mein Name ist Annabelle, ich bin aktuell noch 31 Jahre alt, Mama von vier Kindern, als Doula und Geburtspsychologin tätig und habe heute zum Thema Bindung etwas ganz Interessantes mitgebracht, nämlich das Thema Babyzeichen. Was sind Babysignale, Babyzeichen? Sven und ich haben das ausprobiert mit unseren Kindern. Wir haben auch ein Buch dazu, wo eben diese Babysignale, Babyzeichen erklärt werden, gezeigt werden. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar eine App dazu. Also das sind Gebärden, die auch angelehnt sind an die deutsche Gebärdensprache tatsächlich richtig. Und dann kann man eben schon wirklich mit seinem Baby über diese Handzeichen kommunizieren. Und alles, was Kommunikation ermöglicht, ermöglicht Kontakt, ermöglicht Bindung. Und deswegen habe ich es jetzt hiermit aufgegriffen. Und ich erzähle euch aber einfach mal, wie wir das so umgesetzt haben und was wir für Erfahrungen damit gemacht haben, wie wir das fanden. Also die Zeichen sind ziemlich leicht. Und wir haben natürlich nicht das ganze Vokabular gelernt, sondern die für uns relevanten Zeichen. Ja, also wir haben eben, ach, Essen, Meer, Meer und Essen, das kann man dann schon wieder verbinden, Trinken, Wasser, kann man auch verbinden, Wasser, Trinken. Und Toilette oder Tiere, die wir dann gesehen haben, haben wir nachgeschaut. Also ich weiß heute noch, wie Eichhörnchen geht, Katze, Hund, lauter diese, ja, Vögelchen. Das war das erste Zeichen von unserem Sohn. Und wie alt war der? Der war ungefähr, ja, der war so vier, fünf Monate alt. Da war dann Vögelchen, ein ganz wichtiges Zeichen. Wir hatten damals noch Wellensittiche. Und dann stand ich immer mit ihm da davor und er hat das Zeichen für Vögelchen gemacht. Ja, und wir fanden das super praktisch, weil manchmal weinen die Kinder und man weiß ja gar nicht, warum. Man kann natürlich mit einem Baby, auch mit einem sechs Monate alten, noch nicht wirklich gut sprechen. Also man selber schon, aber das Baby eben nicht. Und das hat uns das wirklich in vielen Situationen erleichtert. Also gerade, ich erinnere mich noch, wie wir im Auto saßen mit unseren beiden kleinen Jungs. Und der eine weinte und man wusste gar nicht, was war. Und auf einmal zeigte er Essen. Und dann wusste man, okay, alles klar, er hat Hunger. Schnell irgendwie was besorgen, dass das Kind satt ist. Weil selbst wenn man vorher zu Hause gegessen hat, die Kinder, die werden ja doch auch manchmal, je nach Entwicklungsschub vielleicht auch, sehr schnell wieder hungrig, ohne dass man jetzt gerade damit gerechnet hat. Und ja, und so haben wir das eigentlich immer verwendet. Und die Kinder haben es dann auch teilweise, also gerade die Jungs, gerne auch noch verwendet, auch während sie dann schon sprechen konnten. Bruder war auch ein wichtiges Zeichen. Und dann haben sie zum Beispiel, unser Mittlerer, der hat dann immer das Zeichen für Bruder gemacht und hat dann gesagt, Bubu Atin, Bubu Atin. Da siehst du dann eben, dass er seinen Bruder sucht oder meint. Und konnte dann auch schon bei den Anfängen der Sprache damit das noch unterstützen. Und dann wusste man einfach ganz genau, was Sache ist. Es ist nicht so, dass die Kinder deswegen später sprechen lernen. Das auf keinen Fall. Also unserer, wie gesagt, der war mega früh mit der Sprache. Der hat quasi mit eins gesprochen. Es gibt so Kinder, haben wir dann halt auch gelernt. Die sind da total schnell. Oder es gibt eben auch andere. Unser Großer, der war so einer, der hat sich damit sehr viel Zeit gelassen und hat die Zeichenbrache halt parallel verwendet. Und ja, von daher braucht man da keine Sorge haben, wenn man das ausprobiert, dass das jetzt irgendwie die Geschwindigkeit der Sprachentwicklung beeinflusst. Das ist natürlich anders, wenn Kinder zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen. Das kenne ich auch selbst aus dem Familienkreis von meiner Schwägerin, die ja ursprünglich aus Ungarn ist. Da wachsen die Kinder zweisprachig auf. Und dann kann das manchmal ein bisschen länger dauern, bis die anfangen. Und wenn die dann anfangen, dann macht das so Klick und dann können die beides ziemlich gut parallel lernen. Das ist aber bei den Babyzeichen jetzt gar nicht so, sondern die sind eher noch als Ergänzung oder Unterstützung zu sehen. Und je nachdem, wenn man vielleicht auch Kinder hat, die aus irgendeinem Grund mit der Entwicklung hinten dran sind. Also wir haben selber ja noch ein Kind, was einfach aus seiner Geschichte heraus, wegen seiner Geschichte heraus entwicklungsverzögert ist. Und da sind natürlich solche Zeichen, Symbole, vereinfachen das, wenn die Kommunikation auch mit einem älteren Kind anders nicht stattfinden kann. Von daher, ja, es schafft eben Kontakt und Verbindung. Und das finde ich so schön da dran und das kann man schon ziemlich früh nutzen. Wobei ich auch sagen muss, unsere Tochter, die hat das so gar nicht. Das war für sie total irrelevant. Ich glaube, sie hat ein, zwei Zeichen davon verwendet, aber ansonsten hatte sie da überhaupt kein Interesse dran. Die findet das jetzt mit zweieinhalb total lustig, wenn wir das mit der Kleinsten machen und guckt sich das ab und macht es dann auch mal aus Spaß. Aber die war jetzt also da gar nicht so interessiert. Also so sind natürlich auch die Kinder mega unterschiedlich und man muss es halt einfach ausprobieren. Und wie gesagt, das geht ja ziemlich easy, wenn man mal so ein paar Zeichen drauf hat und dann die einfach immer zu dem, was man sagt, dazu tut. Also das ist nicht so, dass man nur noch über Zeichen kommuniziert, sondern man sagt, musst du auf Toilette und dann zeigt man eben das Zeichen für Toilette. Oder hast du Hunger, willst du essen? Und dann das Zeichen für Essen. Genau. Also so kombiniert einsetzen. Und das kann dann einfach schon schön sein, wenn man mit einem sechs, sieben Monate Alten auch schon so kommunizieren kann, ist das auf jeden Fall auch ganz nett. Also wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, auch bei jedem Kind sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, und wer sich dazu informieren will, es gibt zum Beispiel das Buch von der Wiebke Gericke, das heißt Babysignal, mit den Händen sprechen. Und ja, es gibt aber bestimmt auch noch andere Bücher. Und wie gesagt, kann man noch mal nach einer App schauen. Da werden die Symbole vorgemacht. Ja, und Sven und ich machen das heute noch so, wenn wir irgendwo auf einer Feier sind, große Familienfeier und einer ist in der einen Ecke mit einem Kind, der andere mit den dreien irgendwie woanders oder so. Und auf einmal muss einer auf Toilette und wir wollen kurz Bescheid geben. Dann winken wir uns zu und machen das Zeichen. Oder einer hat Durst, dann machen wir das Zeichen, dass der andere weiß, er soll mal was zu trinken mitbringen. Also man kann es dann wirklich auch später noch wunderbar für sich in lauten, überfüllten Räumen anwenden. Das ist ganz lustig. Und die anderen Leute wissen natürlich nicht, was man da treibt. Es ist ein bisschen wie mit Eurythmie an die ganzen Waldorfschüler da draußen. Ich bin ja so ein kleiner Waldi. Auch das kann man ja wunderbar noch später anwenden, um sich mit anderen Waldorfschülern auf Geheimsprache zu verständigen. Aber es ist natürlich ein bisschen umständlicher, weil man sehr viel buchstabieren muss. Und dafür sind dann die Babysignale doch wirklich deutlich einfacher und schneller gezeigt. Ja, also auch eine Möglichkeit, mit seinem Baby in Kommunikation und in Kontakt zu treten. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen Inspiration mitgenommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wirklich gerne schreiben. Ich antworte auch gerne. Und ja, super gerne teilen und natürlich auch liken oder bewerten. Das ist ja heutzutage wirklich immer wichtig für mich. Und von daher freue ich mich natürlich auch sehr darüber und bin super dankbar und möchte mich auch wirklich bedanken für eure Aufmerksamkeit und dass ihr immer so schön zuhört. Und ich sehe ja dann manchmal die Zahlen und bin selber verblüfft, und wer da so alles anscheinend zuhört, weil wenn ich hier so stehe, ich rede ja nur für mich und freue mich natürlich, dass das draußen in der Welt auch irgendwo ankommt und ja, anscheinend auch gefällt. Dann mal dich mal weitermachen. Also ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao!